Ja, was ist mit dem Schallachorten Chor? Archon mit vielen Stimmen ist böse gerissen, wild, guter, begehrenswerter Alpha. Rodel aber, ist widerlich, ist verdorben wie faunendes Fleisch. Der im Schatten fährt sich mit einer gebogenen schwarzen Klaue über den Nasenrücken. Pac-Wales bliebt von relentlosen In-Fighting. Auch Bolwarks können nicht die Welpen unter Kontrolle. Die Strahl-Mafia und die sich einander verbringt. Die Strahl-Many-Wick-Chaff. Aber Archon nennt nicht Pac-Pack. Das macht aberrisch. Dangerous. Rodelholt blutet von ständigen Machtkämpfen. Selbst Bolwarks können Welpen nicht unter Kontrolle bringen. Nur wenige sind stark und manchen Fäde gegeneinander. Rest sind viele schwach wertlos. Aber Archon sortiert Schwache nicht aus Rudel aus. Schafft Abweichler gefährlich. Ja, da hat sie wirklich dieselbe Meinung wie so gut wie jeder. Was ist mit Tunon? Weiß Chor und Geschmiede fürchten Schicksalsbinder mehr als Chor und Geschmiede fürchten einander. Köstlich aminisiert belegt sie ihre Reißzähne. Das bedeutet, dass Schicksalsbinder besser Kriegsmacher sind, besser Blutvergießer. Ich würde gerne andere Schicksalsbinder kämpfen. Testen die Gewalt von diesen schmieden Körnern. Bedeutet, Schicksalsbinder sind bessere Kriegsmacher, bessere Blutvergießer. Möchte gegen andere Schicksalsbinder kämpfen. Stärke von gefürchteten Kämpfern testen. Aber Schicksalsbinder verbeugt sich vor Tunon. Kann ich den Rudel kämpfen, muss ich vor Bolwerk von Rudel in Acht nehmen. Eichhund genannt, Blättenmark, ja. Etwas anderes, okay. Ja. Lass uns über jene in den Stufen sprechen, die Kör aus Trotzen wollen. Menschen dieser Lande von Tierfrauen landen, Menschen genannt Stufenvolk. Das bestreitet, strampelt, kämpft gegen Schicksalsbinders Stamm. Töte dem Schatten stößt nachdenklich ein weiches, knurrendes Geräusch aus. Windsor tötet im Schatten für Schicksalsbinder zuerst für Abschlachten verfolgen. Was weißt du über die Wendchenwache? Weiß Rudel wurde von Kör aus Stamm besiegt. War erstes Mal klein, leicht zu jagen. Kämpften, wehrten sich auf Pfoten und Knien. Hätten zweites Mal aber nicht siegen können. War wie Hase der Wolf herausfordert. Viele Menschen leben in Beastswomenlanden. Kör in Schadung, Nose-Tiersmannen packen gut. Brauchst du ne Bruderschaft? Brauchst du ne Bruderschaft? Lügende Verwandtschaft sind nicht Blutsbrüder, benutzen Brosse, Reiskrallen, riechen nach gegerbtem Fellblut, Pisse und Feuerwasser. Kämpfen wie schwarz gestreifte Schakale. Lachend, wendig, rücksichtslos. Kämpfen für Schmuck, nicht für Überleben. Und die Ungebrochenen? Stärkste Menschen in Tierfrauen landen. Erdblut muss bluten, heiß schnell durch Adern. Sind zäh, unbesiegt, stehen sogar gegen Geschmähte fest zusammen wie Berge. Lass dich nicht vor der Reputation der Ungebrochenen enttäuschen. Das Volk des unbeugsamen Landes schreibt die Geschichte gerne so um, dass sie ihren Gefühlen schmeichelt. Kannst du dir vorstellen, dass sich viele Leute um eine Idee versammeln oder eine Geschichte? Reden wir was anderes. Sie kratzt sich, ja, kennen wir. Was ist mit den Tiermenschenstämmen? Beste Stämme. Stämme, die aus Land wachsen. Tötet den Schatten, kratzt sich mit einer schwierigen, schlachsigen Hand unter ihrer verfilzten Mähne. Sie schnaubt. Aber sie sind nicht Biestmann-Stämme. Biestmann sind klein, weck, gut nur für Rettung. Stämme sind die beste Händler. Die größte, die größte, die größte, die größte. Die größte, die größte, die größte. Sie sind zu Biestwämmen. Aber sie sind nicht Tiermänner-Stämme. Tiermänner sind klein, schwach, nur gut zum Brunsten. Stämme gehören besten Jägerinnen. Größten, wildesten gehören Tierfrauen. Was will der Schicksalsbinder über Tierfraustämme wissen? Was heißt du von den Steinpürschern? Sie berümpft, missbilligt ihre Schnauze. Steinpürscher vermehren sich wie Ratten, schwärmen aus, verbrauchen Land, haben kein Stolz, Brunsten, schwache Rudelmitglieder. Kriegen schwache Welpen und verhungern, versklavten zum Überleben im eigenen Stamm an Menschen. Sind jetzt weit weg von Azurlanden, aber gedeihen noch immer nicht. Aber Töte im Schatten hat versucht, Steinpürschern zu helfen. Jep wollte für eigene Zwecke benutzen und zum Jagen von Geschmähten. Schließlich aber führte Rudel, guter, gehorsamer Steinweldmann. Mag vielleicht ein paar von ihnen. Gibt es noch andere Stämme in den Stufen? Shadowhunters sind weg. Trollhooks sind weg. Katvanas wandern im Nordwesten von Bastardlands. Westrevels tun. Bonebreakers sind weg. Mantaborn verhängt. Fangt Bay. Schattenjäger nicht mehr da. Netzhaken nicht mehr da. Katvanas ziehen nordwestlich von Bastardlanden umher. Westräuber auch. Knochenbrecher nicht mehr da. Manta geborene. Banspruch in Reißzahnbucht. Also zwei sind im Nordwesten. Also die Katvanas und die Westräuber und die Mantageborenen sind in der Reißzahnbucht. Sie nackt mit zwei Reißzähnen an einer krallenbewährten Fingerspitze. Lass uns über andere Angelegenheiten sprechen. Lass uns über andere Angelegenheiten sprechen. Hab von anderen Stimmen im Norden gehört. Lass uns über andere Angelegenheiten sprechen. Ja. Weißt du, was über die Magier geht in den Stufen? Töne dem Schatten versteht Freiheiten von Menschen gegenüber Mystiker nicht. Stämme sollten Mystiker schätzen, sie beschützen. Nicht werden wir ausgestoßte Schurken in getrennte Rudel zwingen. Menschen fürchten sich von Schluchzen. Schnappen gegen eigene Mystiker. Bis Mystiker werden starke Eifers wie Eichhonten. Dann kommen Menschen und Phenomen gerade. Folgen Eichhonten in Scharen. Hm, vielleicht versteht sich das mit der Art von Menschen-Mystikern besser. Vielleicht nicht. Frag und finde heraus. Ja, erzähl mir etwas mal über die Magie der Tiermenschen. Tierfrauen-Mystiker sind selten verehrt, mächtig, können Lebensblut in Erde, Luft, Wasser und Schatten hören und riechen. Hm, unsere stärkste und schlauste Tierform von allen Kreaturen, selbst Eichhonten. Und bist du zufällig, eine dieser mächtigen Mystikerin? Brutmutter war Mystikerin. Tötet im Schatten, kann Lied von Schatten hören und macht in Dunkelheit riechen. Aber hat nicht gelernt, hat nicht geübt für Leben als Älteste, eingesperrt in Höhle. Wollte stark sein, aber wollte mehr jagen, kämpfen, töte, töte, töten. Eure Mystikerin haben zurückgezogen in Höhlen? Warum? Die Tierfrau verlagert unbehagliche Gewicht, bevor sie sich wieder auf ihre Hinterläufe setzt. Sie sind frei, können herumstreifen, können jagen, aber machen das nicht. Leben um Rudel stärker zu machen, manchmal zum Anführen. Lehren schützen, über viele Gaszeiten ritzen Wissen in Höhlen. Letzten die Schattenpirscher auch mächtiges Wissen in Höhlen wendet, dass jeder lernen kann, der es zufällig findet? Nicht, dass Tötet im Schatten gesehen hätte. Steinpirscher ritzen keine Zeichen mit Krallen, haben kein Verständnis für Dinge, die tot überdauern. Steinpirscher wissen, existiert nur, wie von lebenden Stammensmitgliedern weitergegeben. Ja, wo ist diese Höhle? Würde Schicksals bitte nichts sagen. Menschen können Zeichen sowieso nicht lesen. Nicht mal weiße, sie schnappt. Okay. Auch Tierfrau sieht viele Dinge. Welcher Stamm hat die stärksten Mystiker? Schattenjäger hatten beste Mystiker, konnten den Schatten sickern, konnten Dunkelheit kontrollieren, konnten ersticken, töten. Die Tierfrau fissiert dich mit blutdrucken Augen, sie schaut dich durchdringend und feuerstolz an. Und jetzt, Tötet im Schatten kratzt sich hinter einem Ohr. Katvanas jetzt, nordwestlicher Windstamm, sind schnell wild wie heulende Sturmböe. Und ihr wollt wirklich mächtiger als euch Hunden sein, das kann ich irgendwie schwer glauben. Fadebinder thinks Beastwoman Mystiker cannot be called Archon. All Beastwomen tribes no legend, no life of Thundermane. Slaughtered endless humans, struck five Archons dead, before was slain by Kairos. Schicksals bitte denkt, Tierfrauen Mystikerin kann nicht Archontik genannt werden. Alle Tierfrauenstämme kennen Legende von... Kennen Legende, kennen Leben von Donnermähne. Der schlachtete zahllose Menschen, tötete fünf Archonten, bevor von Kairos erschlagen wurde. Was ist Archon, wenn nicht nur ein Name wie Prima? Archont ist nur ein anderer Name wie Prima. Die Tierfrau öffnet ihr Maul zu einem bedrohlichen Grinsen. Ihre Reißzähne und die grobe, dunkle Zunge wirken beeindruckend. Okay. Auch Tierfrau sieht viele Dinge. Was hältst du von... Was weißt du über die Air-Texte? Air-Texten ziehen Macht von Air-Bloofi-Stein-Pirscher Mystiker, wie Tierfrauen. Sind Kernsrudel, yep. Sind stark, sind Geschmähte. Aber sind Stufenfolger, Griechen, mehr nach Steinland, mehr nach Erdblut als Geschmähte, yep. Hattest du in der Vergangenheit Umgang mit ihnen? Hm, wenn mit Umgang schickst, was wir dann meinen jagen und töten, dann, yep. Air-Texten zerschmetterten Scherbenbissstamm im südlichen Steinmeer. Deswegen tötet im Schatten. Erdblut, will ich das überhaupt wissen? Unter trockener Erde schlägt feuchtes Erdblut. Trommelt. Schicksalsbind aus Ohren können wehwuckendes Blutlied nicht hören? Ja, teilst du Arcane-Lehren mit anderen? Steinpirscher-Welpen lernen, selbes Erdblut wie Erdhexen zu schlecken. Tierfrauen mit Toten aber sind anders. Beide jagen mit selben Mystiker-Klauen, aber schlagen anders zu. Mehr wollte ich nicht wissen. Sie hechelt zufrieden, ja. Lied-Konversation. Beast Woman will follow.